Gesetz der Anziehung. Du musst verstehen, dass wir wie ein Magnet sind. Bedeutet, wenn wir uns positiven Dingen widmen, passieren positive Dinge. Bestes Beispiel, meine Vision, mein Ziel und meine Gedanken waren auf Dubai ausgelegt. Und das vor einem Jahr schon. Und jetzt lebe ich hier. Und genau so kann es auch bei dir passieren. Achtung, auch bei negativen Dingen. Wenn du dich nur mit Problemen beschäftigst, nur mit Herausforderungen, dann wirst du auch diese Dinge wie ein Magnet in dein Leben ziehen.